Hallo, mein Name ist Dominik Schlatter und ich bin Obmann der Kinderfreund in Ibsen der Donau. Gleichzeitig bin ich der Vater von drei bezaubernden Mädchen. Für mich gehört Mithelfen im Haushalt, Spielen, sich beschäftigen, Zeit nehmen, aber auch gleichzeitig sich einsetzen für Bildungs- und Chancengleichheit einfach dazu. Kinderspiel ist auch Männersache. Wie schaut es bei dir aus? Informiere dich auf www.kinderfreunde.at